hallo und herzlich willkommen bei memo lp und auch herzlich willkommen hier auf meinem kanal heute möchte ich euch zeigen wie ihr euch unserem neuen teamspeak server verbinden könnt dazu geht ihr einfach auf mein homepage memo lp und findet da oben teamspeak einmal draufklicken und hier wird noch mal genauestens beschrieben wie ihr euch einloggen könnt die erste variante wäre einfach hier auf diesen button zu klicken das wäre der einfachste ihr klickt einfach drauf es kommt so ein dialog tut ihr beantworten mit zulassen und es startet sich direkt teamspeak und verbindet sich auch direkt hier mit teamspeak wenn ihr so eingeloggt seid mit webs website user zumindest seid ihr erstmal drin dann geht ihr einfach normal hin klickt oben auf verbinden und noch mal auf verbinden dann kommt ihr automatisch mit euren eigenen nickname ein ansonsten könnt ihr auch verbinden klicken und hier unten als hier noch web website user dabei steht könnt ihr eure nickname reinschreiben und einfach auf verbinden klicken und ihr kommt wieder direkt rein so die zweite möglichkeit wäre wie auch hier beschrieben ihr könnt einfach euer teamspeak öffnen verbindungen verbinden und hier oben trägt ihr einfach memo lp .com ein passwort lässt ihr frei und hier schreibt ihr einfach euren nickname und einmal auf verbinden so funktioniert das auch nicht habt ihr eine dritte möglichkeit indem ihr hier einfach die ip eingibt also die 164 132 205 170 genau wie es hier steht wieder den nickname reinschreiben und einfach auf verbinden klicken und ihr seid wieder drin ich hoffe dass euch geholfen habt falls ihr noch irgendwelche probleme haben solltet einfach unten drunter reinschreiben ich helfe euch gerne ansonsten viel spaß beim zocken bis zum nächsten mal tschüss